Ich lerne Deutsch. Rumpelstilzchen Kurzfassung in einfacher Sprache In einem fernen Königreich lebt ein armer Müller, der eine schöne Tochter namens Marie hat. Eines Tages prallt er vor dem König, dass Marie Stroh zu Gold spinnen kann. Der König ist immer auf der Suche nach Reichtum. Er sperrt Marie in eine Kammer. Er befiehlt ihr, bis zum Morgen Stroh zu Gold zu spinnen, sonst würde sie sterben. Marie ist verzweifelt, denn natürlich kann sie kein Stroh zu Gold spinnen. Als sie im Schlossgarten weint, kommt ein kleines hässliches Männlein auf sie zu. Es bietet ihr Hilfe an, wenn sie ihm dafür ihr erstes Kind verspricht. In ihrer Not willigt Marie ein. Das Männlein betritt die Kammer, murmelt ein paar Worte und beginnt, das Stroh zu spinnen. In kürzester Zeit füllt sich die Kammer mit goldenen Fäden. Der König ist überglücklich und belohnt Marie großzügig. Am nächsten Tag soll Marie noch mehr Gold produzieren. Das Männlein erscheint wieder und macht aus Stroh noch mehr glänzendes Gold. Der König ist so beeindruckt von Maries vermeintlichen Fähigkeiten, dass er sie zur Frau nimmt. Marie schenkt ihm ein prächtiges Kind. Das Männlein erscheint und fordert seine Belohnung. Das Kind der Königin Die Königin ist erschüttert. Sie bietet dem Männlein alle Reichtümer des Königreichs an, aber es lehnt ab. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihr Kind zu retten. Sie muss den Namen des Männleins erraten. In ihrer Verzweiflung sendet die Königin einen Boten in den Wald. Der Bote sieht das Männlein um ein Feuertanzen. Dabei singt es ein Lied, in dem es seinen Namen verrät. Am nächsten Tag kommt das Männlein zur Königin, um das Kind zu holen. Die Königin fragt das Männlein. Heißt du etwa Rumpelstielzchen? Rumpelstielzchen ist außer sich vor Wut. In seinem Zorn stampft er so heftig auf den Boden, dass er in der Erde versinkt und nie wieder gesehen wird. Der König, der nun die Wahrheit über Maris Fähigkeit kennt, ist dennoch glücklich, eine so kluge und schöne Frau zur Gemahlin zu haben. Sie leben glücklich und zufrieden, bis an ihr Lebensende. Danke fürs Zuhören und Mitlesen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.